hallo leute das zweite video heute denn der newswire ist endlich da zwar erstmal nur in englisch aber ich habe ihn kurzerhand übersetzt und ich lese euch jetzt erstmal vor was da drin steht natürlich diese woche alles für den schwarzbrenner 23 februar 2021 verdienen sie ihren lebensunterhalt diese woche indem sie die üblichen rdo dollars und xp für die in dieser woche vorgestellten serien von zielrennen offenen rennen offenen zielrennen plünderung verdoppeln also ich habe es euch ja schon gesagt in dem anderen video planer ist natürlich absolut heute gefragt und dazu auch dann zielrennen und offenes zielrennen diese serie wird ihr ziel und ihre beweglichkeit auf dem pferdrücken sowie ihre fähigkeit testen und das als team zusammenarbeiten und blablabla und so weiter und so fort also es gibt für planer zielrennen und offenes zielrennen doppelte dollar und doppelte xp kommen wir jetzt zum schwarzbrenner und ich hatte ja im ersten video schon erzählt es gibt einen bonus bei auslieferungen 50 prozent bonus und zweimal xp auf auszahlungen für verkäufe von schwarz gebrannten so und jetzt steht hier aufgepasst sollte ihr vorrat überfüllt sein erhalten sie nach abschluss eines moon channel sales also eines schwarzbrenner verkaufs eine bonus schatz karte für ihre probleme nur das ist doch was also also eine schatz karte halten wir mal fest glücklicherweise erhalten alle bootlegger die zwischen jetzt und dem ersten märz also es geht bis zum ersten märz jederzeit in rettet online einsteigen auch eine belohnung für eine kostenlose maische auffüllung so soll das heißen ja so und alle die noch keinen schwarzbrenner angefangen haben die erhalten jetzt zehn gold baren rabatt auf die schwarzbrenner reihe sowie 30 prozent rabatt auf alle schwarzbrenner rollenartikel na das ist doch was also leute wer jetzt noch nicht den schwarzbrenner hat einsteigen zehn gold baren rabatt sichern und ich hatte ja schon im ersten video erwähnt wir haben natürlich heute 30 prozent rabatt auf alle revolver und beim schneider haben wir 40 prozent rabatt auf hemmenden korsetts röcke hosen und 30 prozent rabatt auf emotes einschließlich rollen emotes das ist doch was also ich möchte noch mal die highlights hervorheben natürlich wer in die rennserie reingeht zielrennen offenes rennen und planter der bekommt doppeltes xp und doppelte dollar des weiteren haben wir natürlich 50 prozent bonus auf die verkäufe beim schwarzbrenner plus natürlich zweimal xp beim verkauf und ganz wichtig wir erhalten eine bonus schatzkarte das ist doch wirklich eine geile sache und einmal mal schon natürlich nicht vergessen so das war schon kurz zusammengefasst und ich sag tschau